Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo von Tales of Perseria. Ich befinde mich hier gerade nach der Aufnahme, die ich heute gemacht habe. Das waren... ich gucke mal eben ganz kurz nach. Das waren... Ähm... Videos... Das waren jetzt 5 Stück. Ähm... 30, glaube ich. Warte. Zeig's mir an. So, einmal 30 Minuten, 30 Minuten, 30 Minuten, 30 Minuten 8 und 18 Minuten 43. Und ja, ähm... Ich wollte in... in dem Infovideo jetzt hier sagen, dass ich alles, was ich aufgenommen habe, die ganzen 5 Videos, ähm... hochladen werde. Und zwar heute, so zwischen 17 und 8... äh... ne... so zwischen 6... 15, 16 und 17 Uhr... ...werden die ganzen 5 Videos kommen, weil die Story gerade so spannend ist, dass ich unbedingt... ähm... so fort, äh... morgen, also heute Abend wieder aufnehmen will. Nur leider... Also ich hab... Wollte eigentlich jetzt gerade gar nicht aufhören, aber ich musste aufhören, weil... äh... ich... äh... schlafen gehen muss, weil jetzt ist mittlerweile schon nach 1 am Morgen... ...und naja... Ähm... also... Äh... ich hoffe, er schaltet beim... äh... Let's Play wieder ein. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.